Wie viel würde ich denn im Monat so verdienen, so damit ich es weiß? Ah ja, bei uns hier läuft freitags im Büro Lautmusik. Ja, das habe ich jetzt halt nicht gefragt, aber... Wir sind eine große Familie. Jeden Dienstag gibt es gratis oben. Ja, ich meine, ein Apfel kostet 80 Cent. Ich hätte echt lieber einen Gehalt. Unser Chef trägt Sportjacken. Wir sind so jung. Ja, was wird das? Hey, habt ihr eben schon gesagt, dass wir freitags laut Musik hören? Ah, Techno-Musik. Amit, ich hasse Techno. Ich glaube, ich gehe jetzt auch besser. Wo willst du hin? Wir machen doch so viele Afterwork-Events. Lass mich gehen. Ich will meine Kollegen noch nicht in der Freizeit. Wir machen doch eine große Familie. Wer braucht Urlaub, wenn er Team-Events hat? Lass mich gehen. Wie mit uns Tischkicker in unbezahlten Überstunden. Nein. Wie mit uns laut Musik. Nein. Wer braucht Urlaub, wenn er Team-Events hat? Ich hasse Startups. Gratis Obst.